Warum bin ich denn da nicht aufgeführt? Echt ey? Vielleicht bist du keiner? Ach doch da. Doch, ich bin ein Fan. Was passiert eigentlich, wenn ich mit meiner Luschen-Ult auf das Schild von Sivir schieße? Geht dann mit einem einzigen Brock meiner Ulti ihr Schild down? Vermutlich schon. Und der Rest geht durch? Ja, oder es bleibt einfach an. Ja, und die ganze Ulti geht durch. Ist auch ganz cool. Ja, der Damage, ja. Dann warum hast du keine Kopfhörer? Was? Warum hast du keine Kopfhörer? Wer? Ich hab mich doppelt. Du! Ich hab Kopfhörer drin. Ich hab mich doppelt. Und ich hab mich dreifach. Ey, stimmt. Also mein TS leuchtet auch, wenn ihr was sagt. Wieso? Ja, weil wir uns doppelt werden bei dir. Sag mal was. Hallo? Penis? Ja. Doppelter Penis? Drei-Fahrer-Penis? Ich glaube, ich weiß, worin es liegt. Moment. Bist du bekloppt, oder was? Ehrlich, ich bin... Hast du den Push? Hallo? Achso, das waren deine... Hallo? ...1.800.000 Aufrufe. 6.029 Abonnenten. Das ist, glaube ich, in einer Woche. Immer noch? Keine Ahnung. Ja, ist das so. Hä, ich hab doch Kupferre drin. Moment. Moment. Einbar nicht. Ich denk mal als erstes den Dash von Lucian-Skillen, wa? Okay. Ihr könnt doch einfach leiser reden. Er zittert grad so hart. Er redet ja nochmal über das Kontort sehen. Ich hör's auch. So scheiße. Hat er zwei unterschiedliche Pistolen, der Lucian? Er zittert grad so hart? Was geht denn jetzt ab? Ja, du bist wie ihr dein Idol. Der kann mich mal. Sein rechter ist dicker. Ja, warum? Ja. Ist das, weil die rechte Hand, oder beziehungsweise die rechte Hand stärker ist vom Pappen? Kann er deswegen eine größere Waffe tragen? Der Link ist nur für ein Passiv da, Alter. Also, sein E-Dash ist schon... Oh, der Dash ist cool. Das war erstmal krass. Wer ist von den Support-Looks? Was ist denn mit dem Mikro los? Guck mal, ich steck im Stein. Hallo? 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 Ich hab durchdoppelt. Ich glaub, ich muss einfach den TS... Der TS leiser stellen. Ja, ich weiß nicht. Als erstes Dash, dann Q, dann W oder erst Q, Dash, W? Keine Ahnung. Q, W, E? Sicher? Dash ist doch echt wichtig, oder nicht? Ja, wenn du gegankt wirst, oder wenn du gefeckt wirst. Ja, aber wir haben auch ne... Das ist mein erstes Game heute, ne? Also... Ja, wir hatten Aramon, um warm zu werden. Ja, ich bin ein bisschen kühl. Ja, mir ist auch so kalt. Kaffee-Bugs. Mir ist kalt. Die Minutes leuchten immer blau, wenn sie Dammit kriegen. Dass ich zittere. So ein Quadrat-Blau? Ja. Ja. Mir ist kalt, dass ich... ...zittere. Ich habe heute von Spazzy gelernt, dass man, wenn man die Q macht, auch immer folgen sollte. Mit Auto-Tags. Ja? Ja. Weil das ist... Äh, Stauermann. Weil dieser Doppelschuss ist einfach zu wichtig, als dass man den IQ wählen könnte. Als Damage-Quelle. So. Alles Uriana-Support, oder was? Eigentlich schon. Ja, cool. Ja. Der Doppelschuss wird mein neuer Liebens-Support, äh, Articary. Naja, der ist ein super Support. Ja, der macht doch voll Spaß. Der hat auch gute Animation, wenn ich so. Pff. Verklägt. Jetzt verliert die hoffentlich auch einen dicken Kanonien mit. Ja, es sind vier gegen fünf, ne? Geh. Aber ich muss trotzdem Angst vorm Jungler haben, oder was? Was ist das für eine Welt? Was das für eine Welt ist? In der man Angst vor dem Jungler haben muss, ja? Was ist das für eine Welt, in der ich hier leben muss? Ich fahre mal an die Sivip hier. Bitch. Ich denke so, wer du bist. Ich glaube, Sivip ist auch aufgegangen, oder? Never mind. Wer jungelt denn von denen? Wandel, ich vergesst. Achso, ja, dann. Ja, denn. Oh, der ist Lowlife, der müsste eigentlich nicht mit gehen. Oh! Wo kam die denn angedüst? Diese Bitch. Okay. Ah, nur weil ich so greedy war. Fuck you, ey. Hast du mich? Wusst du das? Wieso bin ich immer wieder nur so greedy? Wieso? Keine Ahnung. Früher wissen. Irgendwie ist der Kuh komisch. Wenn ich Smartkasten will, den Kuh... Was macht der? Er wird mir im Kreis angezeigt. Anstatt zu warten! Oh, ich verkrieg gerade so viele Minions. Komm, du Moodoo! Ich bin schnell geworden. Ja. Es gibt für den Kuh, den man macht, eine Max-Trange, wo man klicken darf? Ja. So bei... Drei Viertel des ganzen Strahls. Schwul. Ich kann den, ich kann den nicht klicken. Ach, man muss außerhalb klicken, außerhalb ziehen, oder was? Moodoo will go where he pleases. Spandle robot. War aber wieder low. Und hatte keine Buffs. Ich bin mir... Ich bin mir erst mit Kopf und Schuhe. Und Tan, er zittert. Das macht er oben. Aber ein bisschen Mitleid. Ich spiele gerade mit seinem größten Idol. Ja, aber... Du bist womöglich an seiner... Das war ja wohl... Das war ja wohl... Als Poster. Ganz fett. Tan, Huong Kong. Bester Dead Player. In the world. Und jeden Abend, gist er auf dich. Und erstell es wahrscheinlich noch auf ViewPorn. Schreibt Try View to THC. Das ist mal Dragon, oder so? Hoffen wir, dass wir hier das Spiel verlieren. Oh, shit! Dragon. Ja, ich komme. Obwohl, das ist viel zu viel Farm. Hier unten ist gerade auch jemand gekommen. Okay. Na gut. Das war ein Schuss in den Ofen. Mach doch den... Ähm... 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 Dragon. Ich bräuchte das Gold. Ich muss erst jemanden töten hier unten. Der dachte, der würde mich... Outplayen können. PoD дом. diplomatisch ist... Ey, ich verstand ein Schuss! PaPAMN PaPAMN Versteht das mit dem Crew nicht, genau? Wie das funktioniert. ibr3 ... kommt das dragon jetzt machen oh shit ah loll ich muss jemanden anklicken dafür oder was ja ein minion oder ein gegner oder wie ja oh mein gott wie machst du es denn sonst ich dachte das ist einfach so ein skillshot wie zum beispiel wieso hat er die na gut egal was soll ich wegen euch b gehen ich sag quatsch ich muss b ok dann gehe ich auf b attack speech oder na die moidi moidi oh eigentlich ein odd one ist auch in diesem spiel bei uns wieso warum weil du gerade weil du hier unsere THC gerade dränge schreibt 1538 dr oh mein gott weil ich so wie odd one schreibe oder was ja er ist der einzige auf der welt der das tut oder was das ist der einzige der das machen darf das ist ein marktzeichen oder was er hat das schon in season 1 gebracht ne weiß ich nicht aber hat er bestimmt wie bund und nicht und gut gold ist was dalei heisst wie ein block von er Opportunity ist gut auf der Bursche, ne? Ja. Aber ich glaube erst nach Normal-Items. Erstmal Attack-Speed und Infinity. Ja, genau, wollte ich gerade sagen, Ulti einfach. Hahaha, es hat gereicht, Luis. Finde ich so, als hätte ich nicht so viel AD. Moodo will go where he pleases. Pick X? Ja. BT zuerst fertig bauen soll. Also BT. Komm zu Moodo! Ich hab ihn. Nein! Flash! Wieso BT? Ich hab kein BT, was ich kaufen könnte. Ich hab kein BT, was ich kaufen könnte. Moodo go this way! Moodo go this way! Lucian, the master of totally destroying everything is here. Lux is also here. Weißt du, ich könnte dir ein Fahrräder klauen, dann kommen der gar nicht mehr weg von ihrem Ort. Ne, viel langsamer. Was ist das? Was ist das? Was ist das? oh oh got these moves los ich bin wieder geworden du schmuck echt Bock lass mal den Redf gucken ob der da ist und sonst wo ging hat Wildturtle hier Lucian gespielt oder was nein ich hab einfach an die ganzen LCS spielen und so weiter auch Lucian gesehen die ja in den Busch and Mitte let's get a grip Mutha will go where he pleated Hä? lolololololololololololol riegenrichtung ja die kommt aber hier da runter doch nicht? die Tower ist nicht mehr da Der ist schon wieder hier, ey. Was macht denn der die ganze Zeit hier, Mann? Das regt mich jetzt ein bisschen auf. Ist die Irelia krass gefeedet oder wie? Dilma, der macht hier unten dick-drops. Abcashen und wie. Was? Ich hab grad nicht verstanden, was du mir sagen wolltest. Nicht, du hier. Ey, der kann mich mal, Mann! Ja, Mann! Der ist wieder hier oben, oder was? Ne, der ist Mitte. Ja, dann klaut hier einer den Red. Wer soll den klauen? Ich hab den doch grad gesehen. Guck! Ich hab den doch grad da bei der Ward gesehen. Wer hat ihn gemacht? Was? Er hat von mir kommt runter. Ah, ich seh schon. Oh, leih! Ha! Mehr. Ah, fuck, Mann! Der, einer der ersten Fail-Flashes seit Jahrhunderten von Jahren. Der, der würde ich noch einmal bemerken. Der, einer der, Frau. Man muss ja, jetzt Öl mal umgeschlagen. Ich habe mir wieder gefühlt. Der, ist schadbar schadbar. Dieser, der, Frau, fuhren. Er hat sie auch. Dich, dass er doch nicht am B-Flashigen soll! Er hat eine gute Spanne. Dass ich sie nicht mehr tun will. Oh, nein, unten muss ich hin. Sorry, mach die gleiche Tower down und schon läuft durch Mitte. Ich bin in die Mitte. Ich bin zu spät. Jetzt wird mir jetzt nicht, dass wir das dann wahrscheinlich verlieren. Auf Objectives achten. Ist er da noch irgendwo? Nein, unten ist nicht abgehauen. Oh, nein. Oh, f***. Oh, nein. Ist das nicht abgehauen? Oh, nein. Ich bin in die Mitte. Das ist ja auch nicht abgehauen. Ich bin in die Mitte. 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 Das ist ... mit der ... mit der Pott. An enemy has been slain. 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 Killing spree. Wow. Bitchy. Wow.